Ich sammle gar nix. Gar nix? Nein, gar nix. Das liegt daran, dass irgendwas sammeln bedeutet, du brauchst Geld. Wieso? Ich hab kein Geld. Pussel aus dem Bauchnabel braucht man nicht bezahlen. Star-Loot-Valley, 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 Butch-Bob, 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 Star-Loot-Valley, Star-Loot-Valley, mit der Mikeintosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch-Bob-42 und der Mikeintosh spielen Star-Loot-Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Und ich bin ich. Und wir spielen Star-Loot-Valley. Und wenn euch das gefällt, dann drückt Like, drückt Abonnieren und die Glocke, dass ihr auch keine weiteren Videos hier auf dem Kanal verpasst. Bamm. Oh, Wein. Sehr gut. So viel Wein, Junge. So viel Wein. Das gibt Geld. Ich hab dir gerade im Briefkasten einen Brief gehabt. Ich lese den mal kurz vor, wenn ich darf. Ja, sehr gern. Hallo, mein Schatz. Ich hoffe, es läuft gut mit deinem Hof. Ich schicke dir eine Kleinigkeit aus meiner Küche. Ich hoffe, sie ist nicht im Brief zerbröselt, Evelyn. Naja, ein dicker Kuchen im Brief ist bestimmt zerbröselt. Geil. Schokoladentorte. Geil. Alles her damit. Alles mitnehmen. Ich wünschte, ich könnte es in Scheiben schneiden, aber... Ach Quatsch, das ist ja schon der fertige Wein, nicht Idiot. Der kann doch schon verkauft werden. Der muss ja gar nicht mehr reifen. So. Und ich sehe gerade, Mike, für dich stehen Pastinaten bereit. Oh ja. Yay. Ich muss hier gerade erstmal schnell... Hier sind so Würmer im Boden. Die muss ich mal nehmen. Uh. Ich habe drei Knochenfragmente gefunden. Ja, nice. Und einen Stein. Äh, nice. Ah, ja. Steine sind cool. Aber den Stein brauche ich nicht, aber... Ach, ich muss erstmal hier mein Inventar ausleeren. Wenn wir waren, sind ja letztes Mal... Oh, hier siehst du das Inselgemäde. Ich muss auch mal gucken, dass ich alles damit habe. Wieso habt ihr eigentlich ein Dinosaurier? Das verstehe ich absolut nicht. Na, warum nicht? Ich meine, gehört doch zum guten Ton. Aber echt? Oh ja, ich hatte... Ja, okay. Ohne Dinosaurier würde ich mich ja gar nicht mehr wohlfühlen. Aber das mag ich auch so an dem Spiel, dass es einfach so Zeug gibt. Was ist das hier? Ja, einfach so manchmal so random... Random Crap einfach. Ich habe eine gefrorene Träne bekommen. Ach ja. So, also ich habe jetzt ein paar Tiere gestreichelt. Sehr gut. Na, sehr schön. Ist ja auch weinfettend. Ich habe angeritten. Ja, auch für die... Ah, das ist ja gerade das Geile an diesen Feldern. Wenn man hier diese Sprenkler erstmal hingestellt hat, muss man sich um nichts mehr kümmern. Oh ja, das ist einfach ein Traum. Oh ja. Ey, Sprenkler... Sprenkler-Beste. Verchecke ich die einfach, die Pastinaken? Oder wollt ihr daraus was machen? Wenn Gold, Silberqualität, dann absolut verchecken. Wenn nicht Gold, Silberqualität, dann würde ich es ins Lager packen. Dann kann man damit noch ein bisschen kochen. Ja, ab und zu wollen ja auch die Leute irgendwie noch... Irgendwas geschenkt bekommen haben. Ja, genau. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man da 1, 2, 3, 4 irgendwie über hat. Damit dann... Damit man das dann auch gleich machen kann. Aber die Wertvollen, die verkaufen alle. So, also... Ja, ich habe einen goldenen und einen silbernen. Und jetzt muss ich erstmal wieder überlegen, in welche Kiste die Scheiße reinkommt, wenn ich Pastinaken habe. War das nicht... Gemüse. Eine grüne Kiste müsste das sein. Eine grüne Gemüse-Kiste. Ah, hier, dann... Dann steht hier gerade einer vor. Zeihung. Yeah. Yeah, ja. So. So habe ich... Äh... Habe ich gemacht. Gut, dann gehe ich jetzt schnell nach die Mine. Nach die Mine hin. Nach die Mine hin. Ich habe noch eine Eichhörnchen-Figur. Ich habe noch viel Sachen dabei. Ja, ich auch. Ich habe auch noch hier die Eichhörnchen-Figur. Ich muss erstmal alles wegpacken. Mein Inventar ist auch completely overfilled. Ah, das sollte ich vielleicht... Ja, okay. Hast du dir schon alle Rucksäcke gekauft? Ja, ne? Ja. Sehr gut. Also, ich glaube, der letzte ist ja dieser mit den zwei Reihen. Äh, ja. Na, so, dass du insgesamt drei hast, ne? Ja. Genau. Jetzt habe ich hier aber so viel Zeug. Ich habe einen Kühlschrank und so Sachen. Ja, geil. Ich habe keine Ahnung, wo ich das hinhämmern soll. Warte mal. Du musst von deinem Haus erweitern, damit du auch Platz dafür hast. Ja, ich... Ja, ja, ja. Ich... Dass du so eine richtige Messie-Bude anlegen kannst. Ja. Ja, so richtig. So ein richtiges Loch, wo ich den ganzen Schrott reinwerfe. Aber was hast du denn hier alles? Quatsch, Mini-Fall. Musst noch mehr Zeug sammeln. Ich brauche das. Ich brauche das alles. Ich brauche das. Das ist wichtig für mich. Aber... Aber dann können wir ja mal, apropos Messie... Ja. Was mich mal so interessiert. Was sammelt ihr? Tatsächlich sammle ich gerade diese dämlichen Ottifanten von Edeka. Ottifanten von Edeka? Ja, es gibt diese kleinen... Bei Edeka gibt es diese Ottifanten-Figuren. Okay. Seit irgendwie seit zwei Jahren oder so. Und da ist jetzt irgendwie, glaube ich, die zweite oder dritte Fuhre irgendwie draußen. Und ich weiß nicht, warum, aber ich sammle die. Ich finde die so... Ich finde die einfach niedlich. Ich muss lachen, wenn ich die sehe. Deswegen sammle ich die. Wie viel hast du da jetzt so schon? Oh. Tausend. Ich muss kurz gucken. Warte. Eins, zwei, drei. Alle vier. Hier habe ich jetzt gerade... Warte, ich muss zählen, wie viele... Das sind die neun, die ich jetzt habe in den letzten zwei Wochen. Die ich bekommen habe. Warte, ich zähle eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Die ich jetzt neu bekommen habe. Das fällt mir alles runter. Und ich weiß gerade nicht, wo die anderen sind. Scheiße. Auf jeden Fall habe ich da auch noch mal, nee, sogar noch mehr. Ich glaube noch mal so viel, 15 oder so. Ja, das sammle ich zurzeit. Ja, geil. Ich sammle gar nichts. Gar nichts? Wie viel hast du davon schon? Nicht mal so Bananenaufkleber oder sowas? Nein, gar nichts. Ah. Das liegt daran, dass irgendwas sammeln bedeutet, du brauchst Geld. Ich habe kein Geld. Ah, okay. Na gut. Wieso? Aber ich würde... Huzzle aus dem Bauchnabel braucht man nicht bezahlen. Bäh. Aber ich würde... Ich würde gerne... Ich habe letztens gesehen, es gibt Actionfiguren aus dem Film Gremlins bei Amazon. Uh. Darf man die auch nicht nach 12 Uhr füttern? Da habe ich mir gedacht, boah, ein oder zwei davon hätte ich bestimmt gerne. Und dann habe ich gesehen, Aliens Actionfiguren gibt es auch noch. Da dachte ich, vielleicht noch einen davon. Ah, okay. Ich habe gerade eine Cutscene. Ich habe eine Cutscene. Linus badet. Ah, das fühlt sich gut an. Das Wasser war noch nie sauberer. Und das gilt auch für mich. Kleine Stinker. Das heißt, er war noch nie sauberer als bis jetzt zu diesem Zeitpunkt? Die Cutscene hat mich direkt von meinem Pferd gehauen. Stand nämlich plötzlich daneben und dachte mir so, hm. Ich bin völlig neben dir. Jetzt ist er an seinem Zelt. Wie geht das denn? So. Magie. Warte mal, ich habe doch... Ich habe doch gerade die Quest angenommen. Warum sehe ich die jetzt nicht? Niemand weiß es. Vielleicht habe ich die Quest doch nicht angenommen. Was für eine Quest überhaupt? Äh, Lavaschleim-Zeug. Schlaberleim. Was habe ich denn eigentlich noch? Ach hier, den Lauch für George. Davon brauchen wir noch zwei. Also bei Ebene 30 ist keine Kiste. 20 Tage noch. Was, bei Ebene 30 ist keine Kiste? Bei Ebene 30 ist keine Kiste. Das ist ja... Bura. Was mir aber auch schon aufgefallen bei meinem Spielstand, dass da weiß ich auch noch stand ich in Ebene 30 und dachte so, wieso ist hier nichts? Warum nicht? Hm. Völlig verrückt. Völlig verrückt. Warte mal, jetzt muss doch hier irgendwo noch der letzte Lauch sein. Da sitzt der vor dem Rechner. Aber genau den wollte ich gerade auch bringen. Ja. Wow. Ich weiß. Ihr seid schon richtig krasse Boys. Ja. Humor. Da ist einer. Ich glaube, ich habe den letzten. So. Der letzte Lauch. Tada. Cha-ching. Und die müssen wir jetzt zu George bringen. Okay. See. Oh. Ups. Feuerwandlerstiefel. Wenn die Hacke aus Versehen die Vogelscheuchen abreißt. Ratsch. Oh, verdammt. Uh, was ist denn das? Ein Obsidien-Eine Obsidien-Schneider. Ja, man. Eine Obsidien-Schneider ist richtig nice. What the fuck? Und die Sternfallfrucht. Uh, eine Sternfallfrucht. Ja, lies mal vor, was da steht. Mike hat eine Sternfallfrucht gefunden. Nee, nee. Den Dialog, den du bekommst. Du hast eine Sternfallfrucht gefunden. Es ist merkwürdig, aber der Geschmack erinnert dich an Schwachsinn. Deine maximale Energie wurde erhöht. Sehr schön. Schwachsinn. Schön auf Schwachsinn. Ich stehe auf Schwachsinn. Ich habe tatsächlich einfach den Auftrag nicht angenommen, ich Idiot. Weltallstiefel. Ja, man, die Space Boots. Ja, und auf der letzten Stufe ist natürlich wieder nichts. Außer der Errungenschaft. Rein theoretisch kriegt man da ja diesen Schlüssel für die Shedemina. Ja, gut. Was heißt Spoiler? Also ich meine, das Spiel gibt es jetzt seit 2016. Ja, aber du spoilerst nicht. Ich weiß nicht, wie viel Spoiler das jetzt so wirklich ... Das ist wie, als würde jetzt jemand nicht das Ende von Breaking Bad hören wollen, weil er noch nicht gespoilert werden möchte. Da muss ich mir sagen, ey, ihr hattet jetzt sieben, acht Jahre Zeit, das nachzumachen. Ja, also bei Breaking Bad verstehe ich es wirklich nicht. Aber Titanic zum Beispiel, also da will ich nicht, dass mir jemand das Ende des Spoilers hat. Ey, übrigens, Darth Vader ist Lukes Vater. Äh, haben wir Lauch? Ich hatte Lauch. Oder habt ihr alle weggepackt? Äh, ich hab ... Ach ja. Also ich hab keinen eingesammelt. Gut. Äh, ja, ich bring, ich bring, ich bring, ich bring Lauch weg. Oh, es ist ja schon ... Oh, ich hoffe, ich komm da noch rein. Ich weiß gar nicht, ob ich bei denen noch reinkomme. Also ich hab zwei Lauch, hab ich auch noch. Aber brauchst du wahrscheinlich jetzt so nicht. Nee, ich hab, ich hab alles. Hab alles. Gut. Äh, jetzt muss ich mal gerade mal gucken, was für Sachen ... Also ich werde auf jeden Fall die Obsidien-Schneide nehmen. Ja, die ist, die ist awesome. Ist auch das ... 30 bis 45 Schaden. Ja, ja, deswegen. Das ist bisher sozusagen das beste Schwert, was du kriegen kannst. Ach, Mist. Oh, geil. Jetzt hab ich aber auch schon zwei Schleudern gefunden. Meisterschleuder, Schleuder. Ich nehm die Meisterschleuder. Und ich nehm die Welt als Stiefel, weil sie die meisten Punkte einfach hat. Ja, ich glaub, es sind sogar auch ... Ansonsten haben wir nicht noch in der Waffenkiste Zeug rumliegen. Ja, locker. Da haben wir auch ne Obsidian-Schneider übrigens. Ja, ja, aber ich hab extra diesen ganzen ... Äh, diesen ganzen, ich sag mal, wertvollen, teuren Kram von euch nicht genommen. Außer nur so ein, zwei Sachen. Was heißt wertvoller? Ach, Quatsch, er liegt bei uns bloß rum. Deswegen. Ja, 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 aber ... Ich will mich nicht extrem bereichern. Also ich hab jetzt auch die anderen Sachen, die ich jetzt gefunden hab, einfach bei mir im Haus in ne Kiste erst mal geworfen. Kann man dann ja immer noch umregeln. Ich glaub, ich mach dir noch irgendwas. Wie meinst du? Seid ihr noch wach? Ja, na klar, Alter. Bis zwei Uhr. Und unter zwei Uhr, vor zwei Uhr, geh ich doch hier nicht ins Bett. Ach so. Karpetieren und so. Kann man eigentlich hier an dem Wasser hier auf dem Grundstück angeln? Ja. Das ist sogar ziemlich gut am Anfang, weil ... Also beim Angeln ist es so, dass auch Müll bringt dir Erfahrungspunkte. Ach so. Und hier auf dem Hof fängst du halt ... Müll. Tendenziell mehr Müll als woanders. Hm. Den man dann aber eben auch gleich wieder verwerten kann, ne? Genau. Ja, 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 das hab ich schon rausgefunden, dass es da sowas gibt. Und du musst dir die andere Angel kaufen. Ja, die Übungsangel. Du brauchst die ... Nee, du brauchst die Iridium-Angel. Ja, die müssen wir ihm dann aber kaufen. Das bringt mir ja nix, ich bin Level Null beim Angeln. Ja, die müssen wir dann kaufen. Nee, die Übungsangel ist die beste für den Anfang. Ja. Weil, äh, mit der Übungsangel hol ich alles raus, mit der normalen Angel passiert gar nix. Da entwischt mir alles. Ah, okay. Ja, wir sind voll die ... Man braucht erstmal ein Level, ein besonderes, damit das klappt. Ich weiß das, weil ich hab vor kurzem ja erst ... Äh ... Ah, ich hol einfach einen Gotteslachs raus. Sehr gut. Ja, geil. Wie um alles in der Welt. Ich hab doch ... Ich hab keine Angelskills. Ich versteh's nicht. Na, vielleicht wird's ja jetzt besser. Aber das war der ... Das war der ... Das war der Übungsfisch. Der allererste, mein erstes Mal angeln. Stimmt, stimmt. Ich glaub, beim allerersten Angeln fängst du ... Äh, fängst du, egal was passiert. Ja, aber da haut dir der Fisch auch nicht ab. Du hast genug Zeit, um ihn mit den Balken zu jagen. Ich hab's ja grad gesehen. Ähm, aber ich hab halt festgestellt, ähm ... Es hat ... Ach, scheiße. Es hat nicht geklappt, als ich damit angefangen hab. Und egal, was ich gemacht hab, ich hab keinen Fisch rausgeholt. Und irgendwann hab ich gesehen, da konnte ich eine Übungsangel kaufen. Und die hab ich dann gekauft und ausprobiert und hab festgestellt, hey, der Balken ist ein bisschen größer. Das heißt, es ist einfacher. Ich kann aber nur Grundfische fangen. Okay. Genau. So, das ging eine Weile. Und, äh, dann konnte ich halt auch irgendwann, ähm ... Ja, mit der Bambus ... Mit der Bambusangel angeln. Oh, wir müssen ins Bett. Oh ja. Oh, oh, shit. Das will gar nichts zu sagen. Ins Bett. Äh, aber ich sollte vielleicht lieber reiten. Reite mich. Oh, fuck. Na. Oh, Mist. Ich hab's noch geschafft. Im Eingang. Ich hab's als einziger geschafft, ich grad. Im Eingang. Denkt sich Penny auch, ey. Jede Nacht pennt er irgendwie besoffen Frumm mit ein. Uh, Hofarbeit Stufe 1. Gießkan-Effektivität, Hacken-Effektivität. Aber das bedeutet ja nix. Ja, haben wir ja heute festgestellt, ne? Haben wir ja heute festgestellt. Bedeutet ja nix. Ist ja fake. Ach, das war nur Preiselbeer-Wein. Deswegen gab's nicht ganz so viel, seh ich grad. Hm. Ich hab mich schon gewohnt. Aber das war, glaub ich, der erste Wein, den wir angesetzt haben. Aber wieso steht denn dann da, dass ich zum Beispiel eine Spitzhacken-Effektivität plus eins habe, wenn das gar nicht stimmt? Na, ist es nicht so, dass man da nicht ganz so schnell müde wird oder dass sich ganz so viel Energie absieht? Du verbrauchst ein bisschen weniger Energie, aber du verbrauchst nicht eins weniger Energie. Das ist echt ein bisschen verwirrend dargestellt, find ich auch. Ja, das hab ich auch nicht gedacht. Ich hab halt nur festgestellt, äh... Warum bin ich schon wieder in deinem Bett, Bob? Ich bin doch bei mir eingebaut. Weil du Schlafwandler? Weiß nicht. Anscheinend wirklich. Hm. Woran könnte das liegen? Wo ist meine Frau? Wo ist meine Frau? Also bei mir ist sie nicht... Ah, die spielt schon wieder Schlagzeug. Das ist okay. Ich hoffe, dich stört der Meerschweinchen-Geruch nicht. Von ihr oder von ihrem Meerschweinchen? Ah, weiß ich nicht. Ist egal. Stört mich ja nicht. So, ich muss Tiere streicheln. Geh Tiere streicheln. Aber ich sollte vielleicht vorher die Spitzhacken... Ah, hier gibt's auch noch Laich. Ganz viel Laich. Laichen. Und ich muss meine Goldhacke noch verbessern. Haben wir genug Iridium? Bestimmt, oder? Na, bestimmt. Was wollte ich denn hier noch machen? Ich wollte noch... Hatte nur die Tiere, die hier draußen rumlaufen? Nee, ne? Doch. Ach, guck mal da. Hier ist ein Schaf. Außer es halten sich noch welche drinnen auf. Ähm, aber Jungs, äh, zu meiner ursprünglichen Frage mit dem Sammeln, ne? Genau. Ich muss ja auch noch meinen Senf dazugeben. Äh, manche wissen's vielleicht. Äh, ich sammle Karabinerhaken. Stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Ja. Du sammelst Karabiner? Ja. Finde ich ganz witzig halt, also. Weiß nicht, wie das so irgendwann... Naja, die Dinger kann man ja immer gebrauchen. Ja, genau, also ich, ich hab auch tatsächlich so meine, mein, mein, mein Schlüssel ist so am Karabinerhaken dran und, äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich mag die Dinger. Die sind praktisch. Die sind wirklich praktisch. Und dann, und dann hab ich halt so einen, weiß ich, an einem ist ne Taschenlampe mit dran, an dem anderen ist ein Feuerzeug mit drin, äh, ja, so ein Quatsch dann halt. Aber die hast du, die hast du aber nicht alle an deinem Schlüsselbund, oder? Nein, 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 nein. Die, die sind, äh, schön in der Karabiner-Schublade. Ah. Scharabiner-Kublade. So, was ist denn das hier? So, ich geh jetzt schnell zu George und geb den Laufaufgaben. Du wolltest, du wolltest Iridium. Hast du dir Iridium? Iridium, ah, siehste. Aber ich seh grad, wir haben keins mehr, oder? Das ist natürlich schlecht. Ne, hier ist tatsächlich keins mehr drin. Dann müssen wir mal wieder Iridium holen. Mal wieder. Ja, was wir, was wir auch noch machen müssen, wir müssen eigentlich mal noch in den Vulkan. Ja. Rein theoretisch. Aber ihr wollt nicht mich da reinwerfen, oder? Na, doch schon. Oh nein. So ein bisschen, so ein bisschen nur. Dann komm ich nicht mit. So ein bisschen, so wie, 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 so, ich bin ein bisschen schwanger. Weil auch ein bisschen, ein bisschen verbrennen ist auch Aua. Habt ihr auch eine Müllkiste? Äh, ne, wir recyceln den Müll immer gleich. Also direkt recyceln. Hier, hier sind die zwei, also obwohl, ja doch, wir haben eine Müllkiste, direkt neben den zwei Recycling-Maschinen die. Na, das, das ist einfach, das kann ich. So. Oh. Was ist da geschehen? 2000. Ah. Für jeden. Geil. Nooice. Geil. Richtig viel Geld. Oh, jetzt hab ich hier auch noch so ein rostiges, irgendwas. Einen rostigen Spor. Ist, glaub ich, ein Artefakt, oder? Kann in die Artefaktekiste. Zahnräder. Ja, eine, eine von den beiden hier. Okay, so. Ich geh schnell in die Mine. Welcher Fisch fehlt uns hier noch im Fischteich? Warte mal, wir haben... Zufällig ein Gotteslachs, den hätt ich grad. Nee, nee, wir haben Stör für Kaviar. Wir haben eine Supersägeurke für Lila, Schleimmakrele für Grün. Ein Lava-Aal fehlt uns noch. Lava-Aal. Die Krabben für die Perlen. Vermehren die sich eigentlich von alleine? Ja. Muss man die füttern, oder so was? Ab und zu wollen die mal so ein Item. Ja, genau. Und das wirfst du dir dann rein, und dann sind die ganz glücklich. Also die fordern dann irgendwas? Keine Ahnung, passt die Nake oder so? Genau, also die... Nee, nee, die... Da ist dann auch das Item so abgebildet. Und dann ist das so, als ob die halt das haben wollen. Ja. Ja, geil und so. Und dann freuen die sich. Ja, geil! Ich stell mal unser Bliebenhaus hier mal woanders hin. Das stört mein Pferd. Ach so, Schrödinger, du brauchst Wasser. Lava-Aal kann ich doch bestimmt hier in der Mine fangen, oder nicht? Ja, auf... Oh, warte mal, welche Ebene... Wahrscheinlich da, wo Feuer ist. Das war, glaube ich, Ebene 50, 60. Nee, nee, äh... Nee, 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 90, oder? 90, ja, ja. Ähm... Was wollte ich gerade mal... Lava... Ach so, du fängst ein Lava, Halbutsch? Ja. Gut, dann bräuch ich das ja nicht machen. Dann bastel ich mal noch ein Schild. Er will es versuchen. Hallo. Mit Louis muss ich auch noch reden. Ach, komm schon. Ach so, Mike, vergiss nicht, deine Dingens zu verbessern, deine Werkzeuge. Äh. Oh, ich habe voll die gute Idee. Wir sind ja zu dritt. Das heißt, jeder von uns kann ein Werkzeug auch von dir verbessern. Uh. Stimmt. Dann geht das ratzfatz. Ah, ich habe gerade wieder keinen Fisch gefangen. Kacke. Also, ich setze mal jetzt noch hier ein bisschen Eisen gerade an. Da haben wir ja einige. Ja, soll ich denn mein Zeug irgendwo hinwerfen? Oder haben wir noch irgendwo eine normale Spitzhacke und so rumfliegen? Äh, eine extra Spitzhacke haben wir jetzt nicht irgendwo. Weil, oh Gott. Ähm. Sonst würde ich mein Zeug hier einfach in die Kiste werfen. Genau, schmeiß es mal in die Kiste hier am besten gleich. Hier, dass unsere so To-Go-Kiste, dass alles so was in die Stadt muss oder so. Das kommt da rein. Ich behaupte, die Spitzhacke ist wichtig. Äh. Die Axt und die Hacke und die Gießkanne. Die Hacke. Ja gut, Gießkanne macht jetzt ja keinen Sinn, weil wir sind ja nur drei. Ähm, wie meinst du? Na, ihr habt doch gerade gesagt, jeder von euch wertet eins meiner Werkzeuge aus. Ach so, ja. Ach so, die brauchst du jetzt noch nicht reinpacken. Ja, genau. Also ich werde die Spitzhacke selber machen. Und die Axt und die Hacke, die sind jetzt da in der Kiste. Ah, okay, perfekt. Ich, äh, hole dir mal von Willy noch diese krasse Angel. Ich hätte gerne Übungsangel. Auch. Nee, du kriegst direkt die Iridiumangel hier. Gut, dann kaufe ich mir die Übungsangel selber. Und eine ein. Du kriegst noch, pass auf, du kriegst noch nämlich den Korkenfischköder. Ja, aber das bringt nichts, weil ich kann keinen Fisch fangen, weil ich noch nicht genug Level hab. Doch, doch, kannst du. Sag nicht doch. Na doch. Das geht. Nein, ich hab das, ich mach das auch immer. Deswegen. Also ich hab noch nie in meinem Leben die Übungsangel in diesem Spiel benutzt, deswegen. Das stimmt. Das geht schon alles. Ja, man kann sich natürlich, man kann sich natürlich auch erst stundenlang durchquälen. Naja, aber mit der Iridium, pass auf, ich geb dir die gleich mal und dann musst du dir mal die Fischleiste dabei angucken. Weil die ist bei der Iridiumangel deutlich größer. Und vor allem wenn noch so ein, ähm. Na, die Iridiumangel ist doch die erste, an die man Köder ranmachen kann. Nee, nee, das ist, das ist die beste Angel im Spiel. Achso, ja, okay. Mein Pferd ist irgendwie weg. Das ist ungünstig. Ja. Ist es dann wenigstens am nächsten Morgen wieder da? Ja, es ist jeden Morgen da. Es geht immer am nächsten Morgen. Keine Sorge. Ja, dann scheiß auf das Pferd, dann muss ich halt laufen. Ach, du, du Walk. Achso, was soll ich dann mitnehmen für die Spitzhack? Ich muss ja zuerst Kupfer nehmen. Fünf Kupferbaren brauchst du. Jaja, das weiß ich. Aber ich seh grad, es ist schon nach 16 Uhr, also Clint hat nicht mehr offen. Ja gut, aber ich nehme mir jetzt, ich nehme mir das jetzt trotzdem schon. Und habt ihr irgendwo Kupfer rumfliegen hier unten? Äh, ja, in der, in der Ressourcenkiste. Wenn du reinkommst, gleich die erste Kiste rechts. Wo das Holz auf dem Schild ist. Genau. Das habe ich schon wieder. Ist jetzt kein Holz mehr drauf? Und jetzt habe ich auch noch einen Eisenbarren aufgehoben, Mann. Ja, ist doch gut. Nein, ist nicht gut. Okay, dann ist es wohl nicht gut. Wo ist denn Louis schon wieder? Hi Bob. Keine Ahnung. Hi Butch. Hat irgendwer Louis gesehen? Nein. Äh. Was ist denn das nochmal? Der Bürgermeister. Der Bürgermeister, genau. Ja gut, dann habe ich den Tag wunderbar verschwendet. Ich habe übrigens ein Lava-Ei. Geil. Rinne in den Teich damit. Er hat Lava-Ei. So. Kann irgendwie ein heißes Lava-Becken überleben. Ist auch schön. Da ist der Maik. Äh, ich packe dir mal. Wann mach ich, ist gerade keine Kiste, ne? Weil ich kann dir die Angel leider nicht so aus dem Inventar gehen. In meinem Haus ist ne Kiste. Hier, pass auf. Ich packe sie dir hier rein. Hierin. Und ich habe jetzt ein Korken, äh, Korken-Angelgerät drauf gemacht. Der macht die Fischleiste sogar noch länger. Und hier habe ich noch einen Widerhaken. Der heftet sich quasi an den Fisch. Also da musst du fast gar nichts mehr machen beim Angel. Das ist wirklich richtig easy. Da sind da sogar die, die, äh, legendären Fische sind dann sogar voll einfach. Ja, und, äh, wie, wie mache ich den? Warte mal, wie? Den Haken muss ich wahrscheinlich da draufziehen. Naja, du kannst halt entweder den Korken oder den Haken benutzen. Also die, die schließen sich gegenseitig aus. Was ist, was ist die, ähm, die schwierig, also was ist, wie, wie ist es am einfachsten? Mit dem Korken oder mit dem Widerhaken? Ich glaube jetzt, ich glaube jetzt am Anfang ist es mit dem Widerhaken sogar vielleicht einfacher. Okay. Also wenn du hier auf dem Hof angelst auf jeden Fall. Dann, dann der Widerhaken. I try. Do it. Das heißt, muss ich aber noch mal schnell ins Örtchen. Aufs Örtchen oder ins Örtchen? Ne, ins Örtchen, damit ich Louis noch finde. Der ist bestimmt im Pub. Jaja, denke ich nämlich auch. Der kippt sich an. Soll er auch gerne machen, aber vorher soll er mich noch bezahlen. Der Römer hat sich richtig einen in die Rüstung rein. Voll rein dönern. So, ich brauche ein Schild. Haben wir denn noch Schilder? Wir haben keine Schilder. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja, äh. Das ist ja. Oh, was haben wir hier? Warum ist der denn nicht hier? Gealterter Superseegurkenleich. Gealterter Superseegurkenleich. Vielleicht ist er eigentlich schon da, Ben. Das wäre plötzlich. Oh, Wüsli-Riegel. Da ist er doch. So. Ich kriege 750. Das ist doch nichts. Für was genau? Für diese Lavaschleime. Der erste Fisch ist mir entkommen. War für mich überhaupt nicht zu halten. Okay. Trotz dieser komischen Iridium-Mangel. Ja, hab Vertrauen. Hab Vertrauen in die Macht. Zweiter Fisch entkommen. So, da ist ein Labeal drin. Ach so. Hattest du im Gewächshaus den Bums hier rausgeholt? Ah, okay, ja. Vorhin, ja. Gestern habe ich es vergessen. Das. Ah, alles gut. Das. Und. Dann machen wir hier mal noch ein bisschen mehr. Es müsste eine Möglichkeit geben, alles gleich auf die richtige Truhe zu verteilen. Nicht, dass wir erst an jede Truhe ranlaufen mussten. So ein richtiges Ordnungssystem wie in Minecraft. Einfach reinwerfen. Ja, das hat Butch lange Zeit gemacht. Lange Zeit. Ja, ich, ich, ich auch. Irgendwann, irgendwann fange ich dann an, ein Ordnungssystem, ein Lagerhaus einzubauen, aber normalerweise am Anfang werfe ich alles rein. Ja. Also das Coole bei der Angel ist, am Anfang brauchst du ja wirklich gar nichts drücken. Der Balken fährt einfach hinterher. Ja, aber sobald es runter geht. Ja, ja, genau, das ist der, das ist der, das ist der Widerhaken. Der, der heftet sich quasi ran. Aber sobald der Fisch weg ist. Ah, jetzt hat's geklappt. Ja, okay, Waldspringer ist aber auch einer der schwereren Fische, muss man dazu sagen. Also der ist deutlich unentspannter als hier so ein, äh, was ist das hier, Schwarzbarsch oder sowas. Ja, so am, am Anfang ist das wirklich so, dass der, dass der Grüne, dass der Balken richtig an dem Fisch hängt. Aber wenn der Schlagartig nach unten geht, dann löst sich das. Und dann krieg ich ihn auch nicht mehr gefangen. Also gerade hat's komischerweise schon geklappt, warum auch immer, dass sich das wieder automatisch rangehangen hat. Aber sobald du einmal den Maustast, den Mauszeiger klickst, hakt sich das ab und der Balken fällt runter. Und dann hast du genau dasselbe Problem wie mit der Bambusstange. Hm. Also so kommt's mir zumindest vor. Boah, so ein Mist, ne? Was denn? Eine Nachbarin stand grad vor der Tür, ob ich vielleicht ein Paket für sie bekommen hätte. Und ich nachgeguckt so, weil ich war das Wochenende nicht da und ich so, ne, hab nix bekommen. Und sie so, ja, voll doof, weil die hat einfach nur ein, äh, ne Nachricht vom Paketzusteller quasi bekommen, dass ein Nachbar ihr Paket angenommen hat. Oh, richtig mies. Und wie viele Leute wohnen da im Haus? Ist das so Plattenbau, 30 Parteien oder so? Äh, es sind, äh, wie viele, äh, 20 Parteien. Ja, dann kann's ein bisschen klingeln. Es ist richtig mies. Es ist einfach richtig mies. Oh shit, 1.40. 1.50. Ich bin schon ein Bububättchen. Dieses Mal kriegt er mich nicht. Geschafft. Bam. Müsste ich ja jetzt eigentlich Angel-Level machen. Hast du? Hast du? Weiß ich nicht. Müsste eigentlich. Hast du? Hast du? Bis jetzt ist noch 10. Tag Frühling. Okay. Äh, ich hab, ich hab ne andere Nachricht. Was hast du? Für euch. Letzte Nacht hat Abigail euer Kind zur Welt gebracht. Es ist ein Junge. Es ist ein Junge. Papa Bob. Ja, geil. Congratulations. You're dead now. Ja, ähm, wenn ihr das in der nächsten Folge sehen wollt, wie mein Junge dann heißen wird, na, weil das mach ich natürlich nicht jetzt, hehehehe, dann müsst ihr hier wohl ein Like da lassen, müsst ihr abonnieren, müsst ihr die Glocke drücken, um das nicht zu verpassen. Und, und da wir uns ja auch erst in einer Woche sehen, müsst ihr natürlich bei der Mikeintosh auch vorbeischauen, denn da könnt ihr jede Woche eine Folge einfach gucken. Jeden Tag. Jeden Tag. Äh, jeden Tag. Entschuldigung. Oh Mann, schneid ich irgendwie hin und her oder so. Aber, aber ist ein, aber ist ein, ist ein anderes, ist nicht das Projekt mit den beiden. Ja, ja, aber ich, ich mein, na, also, wenn, wenn, wenn ihr von Stardew Valley nicht genug bekommt. Genau. Gut, Leute, dann, äh, wir sehen uns früh im Morgen, äh, wenn ihr dann, äh, euren, euren Let's Play Neffen angucken könnt. Oh ja, ich freu mir. Ich mir auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.